Ja. Machen wir die Lautsprecher jetzt noch? Komm, machen! Okay, ich wollte was wissen, ob du noch dabei bist. Sorry, du musst es sein. Jetzt habe ich einen sauren Bonbon, einen scharfen Bonbon und darf mir jetzt noch Zitrone einen reinhauen. Von der eigenen Frau. Ja, hier wird was geboten. Du kriegst ihn ja auf. Oh Mann, das war jetzt heftig. Wenn, dann machen wir es richtig, ne? Du bist eine blöde Kuh. Ja, du magst sie, ne? Ich gleich nicht mehr. Hier. Sauer. Hm. Und ich kann ja nebenbei schon mal das Chili-Rad laufen lassen. Du willst es sowieso mal probieren, ob es funktioniert. Hm, so. Guck mal, es funktioniert. Aber Nero. Aber Nero. Aber Nero, Igitt. Schmeckt überhaupt nicht. Ähm. Ich habe Fähigkeitenbunden. Ich habe Fähigkeitenbunden. Ich meine, so nebenbei noch Fähigkeitenbunden. Extra-Plätze nochmal ausbauen. Ja. Ja, ja. Ich bin noch nicht fertig damit. Ich soll dich doch bei deinen Teams unterstützen. Was heißt ich soll? Ich mache es. Du bist ja freiwillig. Und jetzt passt sie ihm nicht. Oh Mann. Da noch die Habanähe holen. Komm. Schieb mir den mal rüber. Warum? Ich platze im Kauen ab. Ich habe mich nicht auf den anderen versehen. Ich auch umkau. Komm, dafür spielen wir noch ein bisschen. Hör mal halt noch nicht auf. Und öfter zu regnen. Guck mal, du musst öfters so essen. Die Sonne scheint. Er hat ordentlich gegessen, jetzt scheint die Sonne. So, was machen wir jetzt für ein Quest? Na, immer noch diese. Der dritte Kopf ist zerbrust. Genau. Ich durfte eigentlich aktiviert sein, glaube ich. Bei mir war es nicht aktiviert. Bei mir ist er aktiv. Wir brauchen bald eine Bergbank. Ja, das brauchen wir. Schmackhaft? Sehr. 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 Sehr schmackhaft. Vor allem diese Habanero-Bombe klebt. Es wird der rechten Seil. Auf jeden Fall. Ein Bonbon ist es gerade. Oh. Schmackhaft. Was hat denn der Junge? Eine Bolo Machete. Eine Bolo Machete. Was ist denn eine Bolo Machete? Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Look at it. So. Hier lang. Wollen wir aufstoßen hier. Ich treib mir Tränen in die Augen. Hehehe. 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 Oh Mann. Freuden drehen? Weißt du? Schmeckt? Ja. Also für die Subbombe war es jetzt voll was abgekriegt hier. Heu. Hör auf. Ja. Du. Nächst dich hin, du plänes Vampirchen. Vampirchen. Was ein Zombie ist. Heheheh. Hehehe. Hör auf. Hör auf. Brauchst du Energy? Ich bin grad voller Energy... Ne! Der hat einen Knüppel. Nur die. Jetzt hab ich den Energy genommen. Na ja. Au! Was ist denn heftig geschlagen? Ich liege. Jetzt brennt er. Hör auf. ich kann kein haar drücken ich habe nichts mehr doch schneider aufgebraucht schlecht hier ist eins ich habe auch eins aus hilfs mal auf als reserve wir müssen erst mal die branchen mehr dorthin laufen wie viele subs für beide ein saures bonbon da musst du ganz schön reinhauen dass ich so ein ekelhaftes ding ist das schmeckt nach ich glaube brombeer oder johannisbeere oder so was ich hasse johannisbeere ich mag die säure von johannisbeeren und den geschmack den mag ich überhaupt nicht könnte man ja überlegen sap mit der höhe und dann nimmst du auch so ein ding ja kommt darauf an wie viele sapzen also muss ich dann schon lohnen aber nur nur das saure das scharfe nicht ja weil das scharfe ist eine gewisse art und weise schon heftig ich übe noch mit dem scharfe ich habe wieder angefangen mit üben es hat eine weile gedauert ich war aber auch lange zeit oft krank da ging das mit dem scharfen essen nicht so jetzt fange ich an wieder ich esse ja gerne scharf ich auch man mich aufstoßen hier aber ich weiß nicht wie viele sap spiel ist denn dass ich 1s packen wir mal so ein komisches messer gift das ding deswegen also geschaffen muss man muss man abkönnen man muss es man muss es auch trainieren oder man hat alles talent dafür ich habe es mir antrainiert wenn ich übe noch als wir mit scharfen rahmen ich ab und zu mal esse aber die schmecken sehr gut aber ich merke auch was das ist im körper was macht tatsächlich ich vertrag sehr gut aber es ist schon und heftig teilweise zum werfen so was haben wir so immer hierhin doch bei mir steht im inventar voll irgendwas was da drin ist habe ich zu viel ja stand bei mir auch schon mal stück bei mir ist die zitronen so der hast doch gerade einen alle gemacht ja das sind könnte wieder aufnehmen ich habe gerade sonst zu lang aber ich glaube jetzt nicht auch hier ist ein dingstroms so gibt also geschenkappos gibt es halt nur in diesen mengen die er da gerade schreibt ok hier ist noch ein apfel ich fress mich hier gerade durch ansonsten müsste man halt überlegen in der werkbank ob du so sagen bonbon auch für eine donation nehmen würdest für eine donation würde ich zwei davon sogar essen kommt halt auf die höhe der donation an aber da würde ich mehr essen weil das ist fürs kind deswegen mit den donations sammeln wir nämlich geld für den spielturm für die kleine bergmann hat sie das hat sie ja gott so was du ziehst mit der pistole auf die werkbank ach so ich hatte gerade modifiziert gerade besser meine schachtpistole hätte ich 1400 haben die alle wieder repariert sehr schön dann müssen wir sowieso in die andere richtung ach so das geht nur mit paypal siehst du ich habe mich auch kein paypal ich weiß gar nicht wie sowas funktioniert ach so ja das thema wollte ich mir noch mal angucken weil es gibt bei stream elements die möglichkeit spp zu nehmen womit man auch andere zahlungsmöglichkeiten hat kein allerdings gegen gebühren noch nicht das wollte ich mal anschauen weil alles was mit über die dann läuft hatte auch wieder zusatzgebühren und das muss ich mir anschauen apple pay und bin dabei und verschiebt man das ganz einfach mal anders mal ich schaue mir das mit dem sep an dann kann man mal schauen ob es das apple pay dort gibt ich mir nicht sicher aber ich glaube apple pay ist doch einmal bloß eine kreditkarte auch hinterlegen und denke ich mal sie müssen irgendwie hier hinter genau jetzt auf dem weg dann muss ich mir anschauen ist noch ernst zu trinken heute sonne mehr ist man ist lang unterwegs sich jetzt mein leben wieder aufgeladen habe ich nehmen wir müssen drüber klattern die leiterin dass ich bin es nicht böse wenn ich so ein ding nicht essen muss deswegen ist das ist ja rein deine entscheidung da halte ich mich ich finde das immer schwierig zu entscheiden wenn man jetzt irgendwas sagt entweder das ist zu wenig oder man man wirkt gierig da drüben ist der leiter habe ich gesehen wo wir irgendwo noch hinspringen wenn wir die leiter ja gar nicht nehmen müssen sondern müssen drüber vom haus irgendwie hier rüben wahrscheinlich bessere wegen aber hier kommst du jetzt nicht weiter ja man muss die lang laufen ich gehe wieder runter gibt ja vielleicht doch noch die muss noch eine leiter noch eine wahrscheinlich von außen rum erstmal man nicht über das fass und über das fass aber man kann nicht auf diesen schirm drauf dann außen rum ist da auch nicht zu schlagen die schlag zurück behindernd brutaler messingschlag da ist was da das so geld bringt nehmen wir mit so hier um die grobe und dann hoffentlich mal drin irgendwann so 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 genau mal jetzt können wir hier hoch sieht gut aus das ist ein sehr schönes spiel das feld macht auch mehr spaß anfangs hatten wir unsere probleme aber jetzt mit den ganzen gegnern hast du ja vorhin gesehen dieses vieh was da im zwangstag ankommen jetzt wird es ganz lustig ich bin gespannt was noch alles so an zombies dann kommt also am ende es ist eine insel bei der die zombie seuche ausgebrochen ist und wissen müssen jetzt irgendwie sehen dass man ich bleib gleich hier oben indem ich ja weiterspringen wir müssen er dort drüben oben bleiben hier geht es eh runter sind dann an weg du bist mal froh so hier war deine leiter okay das hätten wir doch runtergekommen also wir spielen den ersten teil ja ist der erste teil das ist der erste teil wir sind aber im zweiten akt ich bin ein tor wollte ich wollte molotov wir müssen dann hier ausrüsten ja kein molotov mehr ich glaube den habe ich gut getroffen da sind nicht mehr so viele da ne das weiß ich noch wenn man die kippen wir dann so dann nehme ich den molotov erstmal wieder weg ausrüsten in die vorschlaghammer und gehe hier hinten runter da steht noch auf und jetzt kommt die andere wurde noch ich hab den gerade getreten hey auf ich hab den knüppelmann gewählt deswegen habe ich nicht die sense die sichere sense ist so ihre sache so hier lang kommt noch keiner oh god okay der lebt nicht also der ist kein wandelnder toter nach diesem ersten teil ist geplant dead island riptide zu spielen genau den offiziellen zweiten teil oh die sind grünen ja einer brennt der brennt ich bin in diesen bäumen fest ey ich bin ganz wilder der brennt jetzt auch hinter dir ich glaube ich habe mich angegriffen ja wo kommt ihr alle plötzlich her da kommt noch einer hinter mir von irgendwo ach ja so haben wir alle muss Waffe wechseln jetzt sind der ja noch auslaugend eigenbau hockmesser äh was für ein Messer oh ne ach da ich stand mal im index ja was ist der index verboten ach so oder nicht dringend verboten aber nicht offiziell im handel erhältlich ach so okay war damals auch bei stream nicht streambar ist aber dann mit der definitive edition freigegeben worden ist ja die frage ob da jetzt was geändert wurde oder was auch immer so und da kommt noch einer hey und hinten auch ja ich bin erstmal gelegt und die gucken einfach erstmal wild um sich schlagen die wäre eine leite aber da kommen noch welche mein letztes mit die pack genommen ja au is weg ich bin oh Mist 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 Bis zum nächsten Mal.